So Freunde und Willkommen zurück bei Super Mario Galaxy im letzten Part haben wir eine der ganz schwierigen Missionen abgeschlossen ich weiß für euch vielleicht nicht aber für mich war die und bleibt die einfach eine der schwierigsten Missionen weil die halt so extrem lange geht und man wenn man dort verkackt halt von neuem beginnen muss heute gehen wir in die Hebswaldgalaxie suchen dort den versteckten Stern er wisst ja ich bin der Pro den versteckten Sterne suchen und wir hoffen mal dass wir hier den hier ein bisschen schneller finden als die letzten zwei die leider ein bisschen länger dauert ich habe zwar gesagt ich erkundige mich aber ich kann es irgendwie auch schön wird nicht ein bisschen klein was probiere meiner Meinung nach wenn es nicht so eure Meinung ist kann sie in die Kommentare schreiben wobei ich dann sagen muss bis ich die Kommentare gelesen habe es sind dann wenn alles gut läuft die nächsten Parts auch schon aufgenommen oder wenn gerade aufgenommen denn dieser Part kommt Donnerstag und heute ist Dienstag und ich möchte eigentlich schon noch bis dahin was erledigt haben so und die erste Galaxie ein bisschen ohne die Galaxie sein ein bisschen schade dass die halt einfach die Honig Bienen Galaxy einfach so einfach neu machen schon fast muss man ja sagen das ist ein bisschen schade meiner Meinung nach ob sie mich hier die die hier klingelt keine Ahnung aber jetzt was für mich andere Richtung andere Richtung ja gut hätte mir auch jemand sagen können dass die nicht unendlich lang geht ich weiß nicht ich habe nicht so die gleiche Galaxie anderes Prinzip ist ein bisschen schade wenn ich der einzige der so denkt oder okay sie ist schön vom vom Design hier kann man ja nicht abstreiten aber hätte das wirklich sein müssen ich bin ja selber wie gesagt komm ruhig machen wir einfach ruhig bleiben runter was bringt mir das das ist der geheimer Stern okay der ging ganz schön leicht Freunde aber ich habe natürlich nichts dagegen okay nächste Geimstern Gacha fehlen noch okay nur noch elf Stern aber ich glaube in der nächsten Aufnahme Session dann werde ich das fertig machen das Let's Play hm hm ok Maschinenraum hat neues eine neue die äh ok Leute jetzt kommt wahrscheinlich die Mission bei der ich am meisten sterben werde weil die fand ich habe ich damals nie hingekriegt ich bin an der verzweifelt ich hoffe die geht dieses mal gut Lila Münzen auf Luigi mein Rekord bei den Death Countern liegt ja bei 3 ich bin nicht ich bin noch nie auf das das dreimal in einem Part gestorben ich glaube das wird sich heute das gar nicht das wird sich jetzt ändern okay das wird sich sowas mal ändern ich hasse diese Mission nämlich so abkommt ach du scheiße die hat kein Fall mich sehr ich diese Mission hasse ach Gottchen warum oh man voll verkackt voll verkackt voll verkackt voll verkackt weil hier muss man du bist 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 Ich darf mich einfach nicht unter Zeitdruck setzen lassen, dann könnte das da sogar was werden, komm schon Mario, lass mich nicht hängen Kumpel, nein, 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 das meine ich, oh Gott, komm mal Mario, das liegt voll drin, Freund Kumpel. Wir haben schon so viele Abenteuer zusammen durchgestanden, nicht nur dieses Galaxy Projekt, oh Gott, ich hasse diese Mission, ich bin ein bisschen konzentriert, sorry, was ich nicht so, oh Gott, in der, komm, oh Gott, das war riskant, das ist wieder längst, oh Mann, es werden auch so viele fucking Münzen, hier längst. Hier rüber, ging, ging gut, ging gut, ging auch gut, das ging auch gut, okay, 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 nicht nervös werden, oh Gott. Hier rüber, 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 jetzt hier längst, okay, einer verpasst, nicht schlimm, nicht schlimm, das waren 100, ach du scheiße, muss ich nur noch zurückkommen, nein, ich hasse die Mission, so abgrundtiefst, Ich dachte, ich habe das unmöglich endlich geschafft, die Mission, die ich nie geschafft habe, endlich hingekriegt, aber nö, ich habe nämlich hier noch nie die 100 Sterne, ach Gott, hingekriegt, das war jetzt nämlich eine Premiere, aber da springe ich einfach so in den Abgrund, das ist ja schon fast, das wird ja schon fast jüdisch, das tut ein bisschen weh, Weil das wirklich die Chance war, die Mission endlich mal hinzukriegen Ich muss ja noch zurückkommen, das wird ja immer besser, oh Mann Ich bin so angespannt, wenn ich so angespannt bin, dann mache ich Fehler, das macht so dumme, dumme Fehler Ich glaube, ich habe das schon mal in Part erwähnt, wenn man nicht unter Druck setzt, kann man frei aufspielen, so wie man will, aber sobald das anfängt, einem so zuzusetzen, würde ich schon fast sagen, denkst du an, die dümmsten Fehler zu machen Das kann ja nur, das kann nicht nur mir so gehen, Freunde Okay, alle angesammelt, nein, 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 fuck, ich habe es verkackt, scheisse Okay, aber das hier liegt noch drinnen Okay, 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 okay Ich werde den zweiten Sprung zurück einfach mal weglassen Noch fucking sechs Münzen, nur noch, okay, die kann ich hier hinten einsammeln, die kann ich hier hinten auch einsammeln Okay, jetzt muss ich nur noch dort zurückholen, bitte Mario, lande nicht schief, danke, 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 oh Gott, das war eine meiner größten Angstmissionen im gesamten Spiel, bah, tut das gut, oh Gott, ich habe, oh Gott, ich habe eine meiner Erleichterung, Leute, das habe ich früher einfach nie hingekriegt, frag mich nicht, wie ich das hingekriegt habe, das nicht hinzukriegen, aber ich habe es hingekriegt, das einfach nicht hinzukriegen, boah, dementsprechend fühle ich mich gerade so gut, dass ich das geschafft habe, oh Gott, das war so was von nötig, dass ich diese Mission hier endlich abgeschlossen habe, boah, Erleichterung, Mario trifft Mario, hier gibt's einen Geilenstern, dann lass uns, lass knacken, lass gucken, oh, das, ah, die Melodie ist super, oh Gott, mir fällt gerade, weil das war wirklich die Mission, von der ich am meisten Schiss hatte im gesamten Spiel, ich weiß, viele von euch können das wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber wenn man die halt wirklich nie hingekriegt hat, dann hast du halt extrem Angst davor, dass du sie wieder nicht hinkriegst, ich hoffe, das kann man irgendwie ein bisschen nachvollziehen, ich glaube, ich weiß, welche Mission das hier ist, nein, 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 nein Ich zeig dich endlich, Kumiluma. Zeig dich, wo du B-B-B bist. Wo bist du denn? Ich hab dich doch gesehen. Wo ist der Kerl? Ah, da oben ist er, ja. Tackchen. Hey, tut er. Hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen, wenn ich ganz viel davon esse. Lalalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 50 esse, fuck mich, wären 9. Ja, lass mich durch. Wie soll ich hier an 9 Sternteile kommen? Kann mir das mal jemand beraten? Ich höre ja, wie hier Sternteile rumfliegen, aber ich sehe halt keine. Eigentlich in die Ego-Perspektive. Ja, das geht sogar. Da ist Mario, da bin ich und da ist niemand. Fuck, jetzt hab ich sogar noch einen Sternteil verprasselt. Es muss auch immer Sternteile geben. Hi. Es waren aber nur zwei. Ich glaube, wir müssen das neu machen, weil es gibt ja so einen Teil, da kann man halt die Sternteile bei vorbeifliegen einsammeln. Da müssen wir halt einfach mehr Sternteile kriegen. Wobei ich das ein bisschen blöd finde, weil es hat voll Glück bestimmt, dass man dort halt genau richtig gut viele Sternteile abgreift. Und das ist ja nicht unbedingt immer möglich. Denn Mario trifft Mario. So, jetzt sind wir halt schon gekommen. Wie kann man schauen, warum ich die Sternteile einfach nicht von hier aus einsammeln könnte. Denn, wie wir sehen, Game Toad, seht ihr, da drin wäre nämlich gerade der Farbstift aufgetaucht, finde ich halt ein nötiger. Komm, viele, viele Sternteile. Okay, 31. Noch mehr, 34. Das könnte ziemlich gut was werden. 43, 43, 44, 45, 46. Komm schon, es hat sich ja irgendwo landet doch hier ein fucking Stern Teil, Teil. Ja, genau. Dankeschön. Jawohl, 50. Gut, 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 gut. Kummeruma, wir kommen. Oh. Tackchen. Hey, du da. Ich will jetzt nicht die Sternteile fressen. Komm schon, gib mir die Sternteile. Ich weiß genau, du hast sie. Ich, 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 ich rieche sie. Gib mir die Sternteile. Los, wenn ich wünsche, jetzt wandle ich mich. Ja, guck mich an. Ich darf keinen verpassen. Guck mich an. So. Ah ja, danke schön. Oh, ich, danke schön. Das war so wunderschön. Ich muss aufs Klo. An die Emissione erinnere ich mich aber wirklich jetzt gerade null. Habe ich die schon irgendwann mal hingehen? Ja, doch, ich erinnere mich wieder. Die Erinnerung kommen zurück. Lass mich bitte durch. Danke schön. Hier muss ich alle solche Teile erwischen. Erwischen. Und der nächste ist natürlich auf den Kopf. Und runter. Ne, warten, warten. Ich will die Emission nicht noch einmal machen. So, danke schön. Oh, stell nichts. Ihr wisst ja, wir haben auch noch einen Gumelu mal irgendwo rumliegen. Der muss halt auch noch gefüttert werden. In gegebenen Fällen natürlich. Gut. Das waren, glaube ich, alle hier. Jetzt will ich aber die Sternenteile haben. So. Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich hier drauf und wieder weitergehen. Weitergehen. Jetzt kann ich hier ans Blau ran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, du wirst mich abdrücken. So, hier längst und wieder raus. Jetzt hier drauf. Hat hier uns noch irgendetwas? Jo, hier geht's noch längst. Hier geht's noch lang. Nein, ich muss da nicht längst. Aber hier. Hier hat nämlich wieder was. Ich mag solche Drück, die Watt-Missionen eigentlich überhaupt nicht in Galaxy. Ich weiß nicht, die sind einfach so mega nervig. Die sind nicht gerade herausfordernd. Die gehen nämlich recht einfacher, wie ich finde. Und ja, dementsprechend ist halt der Spassfaktor nicht gerade der höchste. Ich glaube, es geht einfach auch nicht nur mir so. Ich glaube, es geht noch mehr an Personen so. So, danke schön. Wo geht's mit der Röre hin? Oh, dort wäre noch ein paar. Dort sind noch ein paar. Ich weiß, wo ich jetzt hängen muss. Geh schon hin. Nein. Ich will an Mario. So. Mein Fehler. Sorry, Freunde. Hier geht's nämlich noch weiter. Aber das konnte ich ja nicht riechen. Oh, wir haben's gleich geschafft. Wir haben's gleich geschafft. Wir haben's geschafft. Und wir sind gerade dort, wo der Sternsbau und, wenn ich mich nicht irre, doch sind wir. Yay. Gut. Dann haben wir in diesem Part wieder drei Sternis eingesammelt. Das ist sehr schön. Und, Freunde, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Geht natürlich einen Daumen hoch, wenn ihr, wenn euch der Part gefallen hat. Würde mich freuen. Und lasst einen schönen Kommentar da. Ich freue mich natürlich immer über die Kommentare. Und, ja. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen. Es fehlen nur noch neun Sterne, Freunde. Wenn wir mit diesem Rhythmus weitermachen würden, dann würden wir Galaxy in drei Parts benden, wobei ich denke, das ist nicht möglich. Aber danke fürs Zusehen, Freunde. Und, ja. Bis zum nächsten Part, hoffentlich. Tschüsschen.